Die Canopy Growth Aktie stürzt weiter ab und könnte möglicherweise vor der letzten Chance stehen, nochmal zu drehen. Wir schauen uns heute an, ob die Canopy Growth Aktie endgültig abgeschrieben werden muss oder ob es bei der Canopy Growth Aktie hier nochmal in letzter Minute einen Turnaround geben kann. Los geht's! Die Canopy Growth Aktie Die Canopy Growth Aktie quasi abgeschrieben ist und jetzt einfach nur noch gegen Null laufen wird. Viele Menschen denken, dass es hier auch auf die US-Wahlen ankommt und der Preis möglicherweise davon beeinflusst werden kann. Doch nun ist eigentlich nur wichtig, was passiert jetzt wirklich mit der Canopy Growth Aktie und kann die Canopy Growth Aktie nochmal ein Comeback machen? Wir schauen uns das Ganze heute ausführlich an und werden hier keine Fragen offen lassen. Deshalb springen wir auch direkt mal in unseren ersten Chart. Diesen Chart haben wir hier schon seit Monaten auf dem Papier und auch in unserer Analyse und immer wieder in unseren Videos gezeigt. Wir sehen, dass wir hier eine 1-2 Bewegung abgeschlossen haben in grün, danach folgt eine 3-4-5. Diese beendete die weiße 1 und seitdem gehen wir davon aus, dass die Canopy Growth Aktie hier in einer Korrektur gefangen ist. Und wir sehen, die Canopy Growth Aktie fiel immer weiter und weiter ab. Und seit Mai konnte die Canopy Growth Aktie kein Momentum mehr nach oben generieren. Und wir sind vom Top-Punkt hier aus am 30. April bereits so weit runter korrigiert, dass die Canopy Growth Aktie 70% verloren hat. Und das ist verdammt viel, besonders in diesem kurzen Zeitraum von gerade einmal 4 Monaten. Die Canopy Growth Aktie hat hier eben diese ABC-Manier abgeschlossen, also eine ABC-Korrektur. Und wir gehen davon aus, dass diese hier fünfteilig läuft. Das heißt, wir hatten hier dann die Welle 4 und hier die Welle 5. Und nun aktuell wahrscheinlich immer noch die Welle 5. Diese ist intern noch nicht beendet. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir hier weiterhin in unserer Box gefangen sind. Und wir sehen, die Canopy Growth Aktie hat eine Zielbox in Orange von uns eingerichtet zwischen 6,37 und 3,92. Wir erwarten also, wenn der Preis hier unter 3,92 bricht und das nachhaltig, also nicht einfach 3,91, sondern wirklich etwas drunter, dann sind wir definitiv davon ausgehend, dass die Canopy Growth Aktie erstmal weiter abstürzen muss, bevor es hier nach oben gehen kann. Aber was wird denn hier konkret passieren? Wir haben hier folgende Vorstellung. Die Canopy Growth Aktie kann natürlich auch unsere Box halten. Im Optimalfall passiert das Ganze auch. Und dann kann man hier diese Box auch als Einstieg nutzen. Beziehungsweise, wenn dann ein Fünfteiler und ein Dreiteiler folgt, dann könnte man hier erneut einsteigen. Das Ganze würde dann in folgender Manier ablaufen. Das heißt, man würde hier einen Move nach oben bekommen in einer fünfteiligen Bewegung. Ich habe das jetzt als einen Strich, damit wir wissen, das ist die fünfteilige Bewegung. Und dann kommt ein Dreiteiler nach unten, ein Rücksetzer. Und für den hätten wir dann eine neue Zielbox. Und diese neue Zielbox kann man dann nutzen für einen Einstieg. Denn dann ist hier massives Potenzial drin. Und die Canopy Growth Aktie kann wahrlich explodieren. Aber erstmal müssen diese Sachen gegeben sein. Und natürlich darf man auch nicht hier diesen Einstieg verpassen. Und wir wissen alle, man verpasst so oft gute Einstiege und kriegt nie den besten Kurs. Aber man kann zumindest versuchen, so gut wie möglich einzusteigen. Und wir machen das nämlich über diese Zielboxen. Wenn du jetzt also auch endlich mehr Geld am Aktienmarkt verdienen möchtest und nicht mehr an den falschen Zeitpunkten einsteigen möchtest und viel Geld verpassen willst, dann schau doch mal gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung bei unserem Patreon vorbei. Dort haben wir auch das Cannabis-Paket. Und da wird die Canopy Growth Aktie täglich analysiert. Aber was passiert denn, wenn die Canopy Growth Aktie es wirklich schafft, hier nach oben hin zu steigen und dann aus unserer orangenen Zielbox zu entkommen? Wir denken, dass wir dann in einer möglichen Welle 3 uns befinden. Und diese hat hier aktuell auch schon unsere Zielbox. Natürlich ist das Ganze noch zukünftig gesehen. Das heißt, wir können auch nicht sagen, wann das Ganze beginnt. Das wird man natürlich noch abzeichnen. Aber was wir sagen können, ist, dass diese Zielbox für die Welle 3 hier zwischen 36,66 Dollar und 70,64 Dollar sich befindet. Und damit natürlich hier schon sehr hoch in unserem Preisniveau ist. Das heißt, die Canopy Growth Aktie hat hier verdammt viel Potenzial. Wir können uns das einmal anschauen, wie weit es denn da wirklich gehen würde. Nur vom aktuellen Punkt aus, also nicht mal von der Unterkante der Zielbox, sondern jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, würden wir hier schon 700% kurzfristig laufen. Wir reden hier wirklich von einer kurzfristigen Bewegung und vielleicht sogar in Richtung 1400%. Bedeutet, die Canopy Growth Aktie hat kurzfristig verdammt viel Potenzial. Aber die meisten Leute wollen hier nicht einsteigen und haben auch Angst davor. Und deshalb müssen wir uns anschauen, welche Bedingungen müssen gegeben sein. Zunächst einmal darf natürlich nicht diese Box hier unterschritten werden. Wenn das passiert, können wir davon ausgehen, das war es mit der Canopy Growth Aktie vorzeitig. Wir kommen gleich noch zu dem Szenario, was sich dann abspielt. Aber man könnte dann davon ausgehen, dass es hier vorzeitig erstmal nicht sehr gut aussieht. Dennoch müssen wir jetzt verstehen, wenn die Canopy Growth Aktie eben hier eine Bewegung nach oben macht und einen Rücksetzer hält, dann kann man davon ausgehen, dass die Canopy Growth Aktie in diese Box läuft. Die ist noch ausgegraut, weil noch nicht aktiv. Wir gehen davon aus, dass diese orangene Box noch aktiv ist. Also der Preis ist ja noch nicht gedreht. Das heißt für uns ist diese Box noch aktiv. Diese Box wird erst aktiv, wenn der Preis hier anfängt zu drehen. Und das Ganze werden wir selbstverständlich auch auf unserem YouTube Kanal hier immer updaten. Das heißt, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das auf jeden Fall jetzt sofort nach, damit ihr eben diese Updates dann nicht verpasst. Doch nun kommen wir zu einer wichtigeren Sache. Was ist denn, wenn die Canopy Growth Aktie wirklich hier in einem bärischen Fall stark abverkauft? Was sollte man dann tun und wo geht es dann kurzfristig hin? Wir würden dann kurzfristig davon ausgehen, dass die Canopy Growth Aktie, die ja hier aktuell immer noch am Boden ist, einen möglichen Welle 2 Rücksetzer ausbildet. Das heißt, wir würden hier nur eine Welle 1 machen, die dann hier 1, 2, 3, 4, 5 teilig abgelaufen ist. Und sobald hier dann der Boden drin ist, würden wir erwarten, dass die Canopy Growth Aktie dreht. Hier in unsere Box zwischen 8,09$ und 11,47$. Man kann natürlich noch nicht genau sagen, wohin, weil wir sehen uns einmal kurz an, was passiert, wenn der Preis noch weiter runterfällt. Die Box verschiebt sich logischerweise. Es handelt sich ja hierbei um mathematische Berechnung. Das heißt, entscheidend ist, was passiert mit der Box, wenn sie aktiv ist. Und dort würde man natürlich dann für diejenigen, die jetzt hier im Minus sind, immer noch interessante Bereiche haben. Denn vom aktuellen Punkt wären das erneut 80% bis vielleicht sogar 150%. Am realistischsten ist hier nämlich diese 9,35$ Marke. Also mal mindestens 100% würde die Canopy Growth Aktie hier noch hochlaufen, bevor es dann aber massiv bergab geht. Dann könnte man davon ausgehen, dass es hier wirklich sehr, sehr drastisch bergab geht. Und dass der Preis hier auch weiter nach unten stürzt, in Richtung möglicherweise sogar 1$. Und dann ist es entscheidend, stirbt die Canopy Growth Aktie aus oder nicht. Aber aktuell können wir davon noch nicht reden. Das heißt, wir müssen jetzt beobachten, passiert hier dieses Szenario, schießt der Preis direkt hoch. Aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass die Canopy Growth Aktie nicht in einer geraden Linie nach unten geht, sondern vermutlich hier nochmal in unsere rote Box drehen wird. Nun sind aber die meisten Leute gar nicht daran interessiert, hier kurzfristig sogenannte Zockerpapiere zu handeln oder irgendwelche Trades einzugehen, sondern die meisten Leute wollen ja hier langfristig anlegen und ihr Portfolio erweitern. Das heißt, wir schauen uns jetzt genau an, wo es langfristig hingehen kann. Was erwarten wir konkret von der Canopy Growth Aktie? Zunächst einmal sind wir davon ausgegangen, dass die Canopy Growth Aktie hier diesen Impuls nach unten ausgebaut hat mit der Gesamtkorrektur A, B, C und hier dann eben den Boden gemacht hat. Was hieße das Ganze? Wir können also davon ausgehen, dass die Canopy Growth Aktie hier erstmalig korrigiert ist und diese Korrektur ist auch schon seit vielen Jahren am Laufen. Deshalb sind die Leute ja auch so genervt davon, weil es hier eben seit 2018 nicht mehr bergauf ging richtig und wir können sehen, der Preis ist hier immer weiter abgestürzt und kam nicht mehr von diesen anfänglichen Anstiegen von 2015 bis 2018 heraus und wir sehen, der Preis ist jetzt auch schon sehr, sehr tief und wir können davon ausgehen, dass das hier eine Impulsbewegung ist. Jetzt ist entscheidend, wird der Preis hier die 4 und hier die 5 beenden oder ist das Ganze schon beendet? Das heißt, wir sind hier schon in dieser möglichen grünen 1. Entscheidend ist das, weil wenn der Absturz noch nicht beendet ist, werden wir hier eben diese neuen Tiefstände bekommen, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn der Preis aber hier schon einen Boden ausgebaut hat, wie wir das ja antizipieren mit unserer orangenen Zielbox vom Anfang des Videos, dann können wir davon ausgehen, dass wir eine grüne Welle 1 hier gestartet haben und diese grüne Welle 1 sollte im Idealfall mal hier in Richtung der Top-Region gehen. Das heißt, wir würden vom aktuellen Standpunkt heraus schon mal ein massives Potenzial haben, weil die Canopy Growth Aktie eben aktuell so tief steht, würden wir dann hier in Richtung 13.000% bis zum Top laufen. Das hört sich jetzt verrückt an, besonders weil wir so weit abgestürzt sind. Aber wenn die Canopy Growth Aktie eben die Sachen erfüllt, die ich vorhin genannt habe und hier unten auch die Sachen erfüllt, dann können wir davon ausgehen, dass das halt einfach der Lauf der Dinge ist und besonders wenn dann ein Rücksetzer kommt, hier in der grünen 2, können wir davon ausgehen, dass wir massive Einstiege bekommen in dieser grünen 3. Das ist aber für die nächsten 5 bis 10 Jahre und auch jetzt noch nicht greifbar. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die Canopy Growth Aktie hier einen möglichen Impuls nach oben ausbaut und erstmal es schafft, überhaupt anzusteigen. Und wenn das gegeben ist, dann können wir darüber reden, dass hier tausende Prozente drin sind, erstmal auf die Basics fokussieren, erstmal gucken, dass überhaupt die anfänglichen Sachen gegeben sind, bevor man zu den nächsten Schritten greift. Und wenn das passiert ist, dann können wir davon ausgehen, dass die Canopy Growth Aktie hier massiv explodieren wird. Und an diejenigen, die hier Angst haben, die Canopy Growth Aktie geht pleite und sonstige Dinge. Wir werden uns hier nicht von Emotionen leiten lassen, sondern einfach darauf achten, was passiert im Chart. Und wenn im Chart unsere Level gehalten werden, wovor sollen wir Angst haben? Wir brauchen keine Angst haben. Und selbst wenn die Level nicht gehalten werden, dann spielt sich halt ein anderes Szenario aus und wir werden in der Zukunft wieder neue Einstiege bekommen. Mit Angst am Markt kann man nur verlieren. Und deshalb werden wir uns hier niemals auf Angst fokussieren oder auf Gier, sondern immer darauf fokussieren, was macht der Preis und halten unsere Level. Und wenn die Level halten, kaufen wir eben ein. So einfach ist das und so einfach wird es auch immer sein. Und deshalb braucht man hier keine Furcht am Markt haben. Das ist immer das Schlimmste. Die meisten Menschen handeln hier sehr gierig und sehr ängstlich. Und wenn es dann nicht klappt, machen sie andere Menschen runter, die es geschafft haben, vernünftig an den Markt ranzugehen. Ich sehe das immer wieder bei uns in den Kommentaren, dass die Leute sich kaputt lachen, dass die Menschen irgendwelche Ausdrücke abgeben oder sonstige Dinge behaupten, obwohl sie kein Wissen haben über das, was sie reden und einfach nur von ihrer eigenen Angst und ihren eigenen Emotionen geleitet werden und somit dann eben auch unprofitabel sind und nicht begreifen können, wie andere Menschen Geld mit der Börse oder generell Geld mit Aktien verdienen, weil sie es selbst nicht hinkriegen, ohne einen ETF-Sparplan Geld zu verdienen. Das heißt, diese Menschen sind eigentlich diejenigen, die die Angst weiter verbreiten wollen und die ihr eigenes Versagen auf die anderen Leute projizieren wollen. Aber davon wollen wir komplett uns abhalten und einfach nur darauf fokussieren, auf das, was wir am besten können und das ist hier eben die Chart-Analyse. An diejenigen, die es geschafft haben bis zum Ende des Videos, schreibt doch mal gerne Canopy2025 in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. und wir sehen uns im nächsten Video.